Es ging mal wieder rund im Bereich der Regulatorik, Compliance und Gesetzgebung. Einige werden es gehört haben. Wir haben mal wieder Banken, die in Ungleichgewicht geraten sind und sofort Staaten, die wieder eingesprungen sind. Und die Frage, die sich jetzt durchaus flächendeckend stellt, nicht nur der Finanzbranche, sondern in vielen Branchen, ist, brauchen wir mehr Regulatorik, brauchen wir mehr Regeln, Compliance, Revision, Gesetzgebung. Wie ist das Ziel? Wie gehen wir damit um? Wo wollen wir hin in der ganzen Sache? Wenn wir uns mal anschauen, wo die Probleme aktuell sind. Einige haben mitbekommen, wir haben wieder Bankencrash. Und das Schöne ist auch diese Schlagzeile, die wir dann hatten, der zweitgrößte Bankencrash in der Geschichte. Nun ja, wir hatten einen richtig großen, das ist dann der zweitgrößte. Wir hatten durchaus kleinere Banken. Es gab damals in Deutschland die Fischer Bank und so weiter, die damals gecrashed ist, aber unter anderen Bedingungen. Hier in dem Fall war es die Signature Bank und Silicon Valley Bank, die in Ungleichgewicht gekommen ist. Signature Bank gilt als fail. Silicon Valley Bank, genau als, also wichtig ist, Staaten sind eingesprungen. Die USA ist eingesprungen. Es betrifft nicht nur die USA übrigens, die Credit Suisse. Der Aktienkurs brach um über 30 Prozent ein teilweise. Und daraufhin hat die Schweizer Notenbank über 50 Milliarden an Liquidität zur Verfügung gestellt, denn die Credit Suisse gehört immerhin zum Tafelsilber der Schweiz. Und genau zu solchen Aspekten kommen wir nachher auch noch. Der Hauptpunkt ist immer, es entstehen viele Fragen um die Regulatorik. Es entstehen mindestens genauso viele Fragen um die Leute, die daran beteiligt sind. Also mal so ein paar Hintergrundpunkte hierzu dazu. Von der Silicon Valley Bank, SVB, der CEO dort, hat aktiv Interessenvertretung, also in dem Fall Lobbyismus betrieben, um die Dodd-Frank-Gesetze zu lockern. Dodd-Frank-Gesetze wurden damals eingeführt gegen das sogenannte Predatory Lending, wo Leuten ganz bewusst Geld gegeben wird, weil man weiß, das können sie eh nicht zurückbezahlen. Und insbesondere in der US-Gesetzgebung war das damals, bevor die Bankenkrise dann völlig eskalierte, durchaus Lohn für die Banken. Es war nämlich damals so, man hat Leuten Hauskredite gegeben. Sobald die Zinsbindung aufgehoben war, wurden die so teuer, dass es sich keiner mehr leisten konnte. Viele Leute konnten sie sich bereits in der ersten Stufe nicht leisten. In den USA kann sehr früh bei sehr wenig verpassten Raten das Haus enteignet werden. Was im Klartext heißt, die Bank hat dann an den Zinsen verdient, hat die Raten verdient, die sie bekommen hat und hat am Ende trotzdem das Haus zu vollem Wert, wo Leute ja meistens, wenn sie dort einziehen, auch noch Renovierungen gemacht haben und ordentlich was reingesteckt haben und somit ein höherwertiges Haus. Das ist durchaus ein lohnendes Geschäft, wenn man sich aber dann auch noch auf der Zunge zergehen lässt. Weil man fragt sich ja, bei so einer Bank wie der Silicon Valley Bank, da muss es doch so eine Art CFO geben. Und nicht nur so eine Art CFO, es gibt einen CFO, Chief Financial Officer, Menschen, die für die Finanzen zuständig sind. Jetzt fragt man sich, dieser CFO bei der Silicon Valley Bank, der hat ja vielleicht nicht so gut gearbeitet. Wo kommt denn der her? Was hatten die Personen für Qualifikationen? Wo war der denn vorher? Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass der CFO der Silicon Valley Bank vorher bei den Lehman Brothers war, genau, bei der 2008 gecrashten Bank, womit das ganze Elend damals anfing, dann haben wir wirklich viele, viele Fragezeichen. Und diese Fragezeichen sind so omnipräsent, dass Leute mittlerweile ernsthaft hinterfragen, ist das System eigentlich nur noch zu retten oder müssen wir generell was ändern? Und vor allen Dingen ist wieder ein weiteres Problem da, dass oftmals Leute sagen, naja, wir müssen uns nicht wundern, wenn niemand mehr in die freie Wirtschaft gehen will. Und die Leute halt sagen, ich gehe lieber zu irgendeiner öffentlichen Einrichtung, denn da habe ich diesen ganzen Zirkus nicht, wo am Ende wieder irgendwas schiefgelaufen ist, auf Basis von keine Ahnung welchem Fehlverhalten. Jetzt ist ja noch nicht klar, woran es genau liegt. Man sagt es sich an den hohen Zinsen, verschiedene Geschäftsmodelle. Also kurzum, es sind viele, viele Fragezeichen. Und jetzt müssen wir halt schauen, brauchen wir mehr Regulatorik? Brauchen wir mehr Compliance in der Organisation? Und jetzt müssen wir schauen, wie geht es besser? Also Punkt eins. Erstmal, ohne Regeln geht es nicht. Eine gewisse Regulatorik ist immer sinnvoll. Wenn Leute halt sagen, jeder macht, was man möchte, also auch wenn irgendwelche Gruppierungen oder Verbände sagen, jeder wie er mag, das funktioniert nie. Berufsverbände haben ja zum Beispiel auch einen Sinn und stellen ganz gewisse Regeln auf. Umso lächerlicher, deswegen ist es ja auch dann nachher bei Böhmermann im Neo Magazin Royal gelandet. In der Rednerbranche gibt es einen deutschen Redner, haben wir mehrere Rednerspeaker, was auch immer, Trainer, Coachverbände, wo eben immer gesagt wird, jeder wie er mag. Und so ist dann auch gelaufen am Ende ein Bouquet bunter und erbärmlicher Lächerlichkeiten, was dann entsprechend im Fernsehen richtigerweise zerpflückt wurde. Das Recht des Stärkeren führt immer am Ende zu Unrecht. Wenn wir sagen, wir lassen alle Leute so machen, wie sie wollen, ist das immer das, was die wollen, die ohnehin schon privilegiert sind. Meistens geburtsprivilegiert. Aufgewachsen in einer ganz gewissen Kategorie, mit einem ganz gewissen Hintergrund und sagen halt, naja, wer hart arbeitet, kriegt doch, was man irgendwie haben möchte. Und das ist meistens eine völlige Fehlwahrnehmung. Stichwort hier auch Unconscious Bias, die unbewussten Be- und Verurteilungen von Dingen. Bei Compliance geht es vor allen Dingen um die Einhaltung von Richtlinien erstmal. Und deswegen ist wichtig, jede Richtlinie braucht einen Kontext. Ich gebe Ihnen mal ein ganz simples Beispiel. Sie haben vielleicht ein Geschäft und Sie haben ein Business, Sie haben eine Organisation und da haben Sie Kunden. Soll ja vorkommen, dass Organisationen Kunden haben. Und da haben Sie mit Sicherheit auch Kunden, die wichtiger und weniger wichtig sind. Wenn Sie jetzt sagen, alle Kunden werden gleich behandelt, wir wissen, dass das Unsinn ist. Wenn ich der Kunde bei Ihnen bin, der am meisten Geld ausgibt von allen, erwarte ich sogar, anders behandelt zu werden. Das ist übrigens normal. Jetzt nehmen wir den Fall an, Sie haben einen Vertrieb und Sie haben sich entschieden, Business-Tickets für ein Fußballstadion zu holen. Völlig egal, welcher Verein, aber Sie sagen, Sie möchten ab und zu mal Menschen zum Fußball einladen und in netter, familiärer, persönlicher Umgebung dann mal entweder über das Geschäft reden oder über Fußball oder über beides. Wichtig hier bei so einem Beispiel ist immer die sogenannte soziale Äquivalenz. Die soziale Äquivalenz heißt immer, wenn Sie jemanden zu irgendetwas einladen, ist die Frage, könnte die Person es sich auch selbst leisten? Also mal ein Beispiel. Nehmen wir jetzt mal an, Sie sind im mittelständischen Werkzeugbereich oder Maschinenbau und Sie laden eine Einkaufsleitung ein. Diese Menschen verdienen sechsstellige Gehälter. Sie laden die Person zu einer Haupttribünticket von einem tollen Fußballderby ein. Das kostet das Ticket 200, 300, schlimmstenfalls 400, 500 Euro. Könnten diese Einkaufsleitungen sich das auch so leisten? Ja. Und damit ist so gut wie ausgeschlossen, dass eine signifikante Beeinflussung der Person passiert, weil die Person könnte das Gleiche auch machen, hat aber ihr Angebot genommen, weil sie es gerade angeboten hat oder, oder, oder. Wenn Sie jetzt sagen würden, wir laden die Person zu etwas anderem ein, nämlich zu einer Weltreise mit Privatjet einmal rund um den Planeten, könnte die Person sich das leisten? Tendenziell nicht. Denn wenn sie sechsstellig verdient, dann geht Steuer runter und so weiter. Privatjet 5000 Euro pro Stunde. Start, Lande, Gebühren. Relativ schnell ist klar. Nein, es wäre ein massives Geschenk, eine massive Beeinflussung. Und deswegen der erste Punkt, den wir hier haben für heute, ist immer, wenn Sie Regulatorik einführen, immer mit Kontext. Stumpfe Regeln führen zu nichts. Wenn Sie jetzt allen Leuten sagen, zum Beispiel, das hatte ich auch schon mal, da war ich bei einer Personalmesse und habe mich dann mit einem Kunden getroffen. Der Kunde war 18 Jahre bei mir bereits Kunde und wir waren beim Mittagessen und dann stehen wir an der Kasse und ich sage, ich übernehme ihr Mittagessen, kostete sage und schreibe 12 Euro und ein bisschen. Und dann sagt die Person mir, nee, darf ich nicht annehmen. Das könnte als Bestechung gesehen werden. Wir haben eine neue Richtlinie. Wenn Sie glauben, dass Personalleitungen, die auf Vorstandsebene eines börsennotierten Konzerns arbeiten, von 12,30 Euro sich darüber einflussen lassen, dann haben Sie entweder sehr komische Personen eingestellt oder Sie haben einfach verpasst, was die soziale Äquivalenz ist. Natürlich haben wir damit auch immer Grauzonen, aber diese Grauzonen kann man definieren. Von bis. Es ist ein rein einmaliger Aufwand. Wenn Leute halt sagen, ich mache eine Regel, weil es einfach ist. Eine Regel, die einfach ist, hat noch nie zu einer gerechten, geschweige denn praxisnahen Lösung geführt. Das Einzige, was passiert ist, Leute fangen an, die Regel zu umgehen. Also mal ein Beispiel, wenn gesagt wird, wir müssen Absumme X ausschreiben, 5.000 Euro, dann muss ausgeschrieben werden, völlig egal, wie dringend oder völlig egal, wie wertschöpfend das Teil ist, was wir da ausschreiben. Dann werden halt Leute einfach das Gewerk, was sie haben, in kleine Teile aufteilen und sagen, wir beauftragen 4 mal 4.500 Euro. Das ist ein simpler Punkt, wo einfach Regulatorik umgangen wird. Sie brauchen immer eine Richtlinie mit Kontext. Wenn Sie dann schauen in solche Dinge wie die interne Revision, die ja oft verhasst ist, die muss nicht beliebt sein, soll auch nicht beliebt sein. Wichtig ist hier, dass Sie zu dem nächsten Punkt schauen. Gibt es bei Ihnen das sogenannte Buddy-Syndrome? Das Buddy-Syndrome heißt, Menschen sehen, dass irgendwo was falsch läuft, aber die Menschen kennen sich so lange und so gut, dass sie sagen, komm, da musst du mal ran, wenn du Zeit hast. Also eigentlich jetzt sofort, aber ich gucke jetzt mal weg und du machst das dann. Und die sagen, ja, ja, und machen genau gar nichts. Dieses Buddy-Syndrome führt dazu, dass Menschen mit etwas durchkommen und mit anderen nicht durchkommen. Und damit haben sie nicht nur eine erhebliche Ungerechtigkeit in der Organisation, sie stören vor allen Dingen eins, nämlich das Wertvollste, was sie in der Organisation haben, den Betriebsfrieden. Und dieses Buddy-Syndrome ist umgehend zu eliminieren, was übrigens meistens dazu führt, dass entweder Menschen sich sehr schnell im Verhalten ändern müssen oder Menschen ersetzt werden müssen. Wenn sie dann schauen im Bereich Regulatorik, Regulatorik greift weiter, hier sprechen wir über Gesetze, die sind verbindlich einzuhalten, sonst gibt es Strafen, entweder finanzieller Art oder sogar Personenhaftung, es kann bis zu Haft gehen zum Beispiel. Wichtig dabei immer und auch klar ist, dass immer, wenn Leute wissen, und das ist jetzt der dritte Faktor, gucken Sie sich bitte bei sich in der Organisation mal an, gibt es gewisse Punkte, wo Leute einfach wissen, wenn ich hier voll daneben lang, passiert mir eigentlich auch nichts, weil ich bin im Endeffekt unersetzbar, mein Wissen wurde nie repliziert, Dokumentation des Wissens gibt es nicht, Wissensmanagement schon gar nicht, also selbst wenn ich daneben liege, die Leute können sich hier gar nicht leisten, mich vor die Tür zu setzen. Und deswegen ist eins klar, wer weiß, dass am Ende nichts passiert und immer geholfen wird, kann natürlich abhängig von gewissen Stress- und Resilienzfaktoren alles machen, was die Person möchte. Wenn Leute ein bisschen stressresistent sind und sagen, Mensch, ich weiß, das darf ich nicht, ich mache es trotzdem, ich moderiere das durch, dann wissen die Leute, sobald sie eine gewisse Position haben, dass sie unersetzbar sind. Deswegen, wir haben drei Punkte. Punkt eins, schauen Sie bitte nach der sozialen Äquivalenz. Punkt zwei, schauen Sie nach Buddy-Syndrom. Und Punkt drei, schauen Sie bitte, haben Sie solche Menschen, wo Sie sagen, die sind im Endeffekt kurz vor der Unersetzbarkeit. Wichtig ist, niemand ist unersetzbar. Die Frage ist immer, wie hoch ist der Schaden, bis wir wieder produktiv sind, wenn die Person dann doch weg ist. Und deswegen gehen Sie auch mal ein paar Fragen durch. Und das ist der vierte Punkt für heute, so eine Frageliste. Gucken Sie einmal, welche Position tragen das größte Risiko? Danach fragen Sie sich, haben Sie bei sich Netzwerke oder Seilschaften in der Organisation? Netzwerke sind Wertschöpfen. Da haben Menschen durch Kenntnis anderer Menschen gewisse Positionen, weil sie aber auch nachweislich, nachweislich heißt, durch neutrale Fakten belegbar, nicht durch Meinung oder durch, ich kenne da jemanden, den ich mag und wir sind Nachbarn und gehen zum selben Fußballverein. Haben Sie Netzwerke, die Wertschöpfen sind oder haben Sie Seilschaften? Da, wo Seilschaften sind, beginnen die Problematiken. Und bei der dritten Frage, dann fragen Sie sich mal, wie viel bei Ihnen ist historisch gewachsen? Dinge, wo Sie eigentlich sagen, da hätten wir längst mal rangehen müssen, aber historisch gewachsen heißt, wir wissen, das ist nicht mehr zeitgemäß. Wir hätten längst rangehen müssen, aber irgendjemand, der keine Lust hatte, hat es immer wieder wegmoderiert bei den wichtigen Meetings. Gucken Sie nach historisch gewachsenen Dingen, wo Sie sagen, das ist wirklich, also nicht nur überholungswürdig, sondern fast sanierungswürdig. Deswegen die Frage danach, die Sie sich stellen sollten, ist, wie oft kommt dieser Satz, ja, da wollten wir schon immer mal ran und nie hat es jemand gemacht. Deswegen also vier Fragen, welche Position trägt das größte Risiko, welche Netzwerke oder Seilschaften haben Sie? Bei Seilschaften gehen die Alarmglocken an. Wie oft sagen Sie, ist historisch gewachsen? Und beim Punkt vier, wie oft wollten wir da schon immer mal ran, aber wir haben es nie gemacht? Und dann kommen wir zu dem Punkt fünf und damit kann man diese ersten vier Fragen zusammenfassen. Wie viel Willkür ist in Ihrer Organisation unterwegs? Und da ist in manchen Branchen eine erhebliche Menge von Willkür aktiv. Und das ist genau das, wo die Probleme beginnen. Das ist da, wo über Dinge hinweg gesehen wird. Und das ist auch da, wo Leute anfangen, nicht mehr zu kritisieren, obwohl Kritik notwendig ist. Und deswegen deutlich besser ist, wenn Sie sagen, Freiheit da, wo notwendig und es eben auch möglich ist, aber dann eben auch Regeln, wo das Risiko, die Organisation oder eben sogar Unbeteiligte, schlimmstenfalls sogar Dritte, also Kunden, außenstehende Gesellschaft betreffen würden. Da muss die Regulatorik greifen. Denn eine Kontrolleinheit am Ende ist nicht dafür da, um gemocht zu werden. Persönlichkeit der Leute ist daher immer ein entscheidender Faktor. Wenn Sie jetzt schauen, wen setzen wir in diese Kontrolleinheiten, dann schauen Sie genau, wen setzen Sie dahin. Denn nur, wenn Sie auch bei diesen Kontrolleinheiten und wir alle wissen, wenn wir keine Kontrolle haben und da gibt es einen sehr schönen Kurs von Reich Ethik, wo der Professor am Anfang fragt, wenn Sie wüssten, Sie würden nicht erwischt werden, würden Sie noch Steuern zahlen? Und ganz viele kommen halt zum Schluss entweder nein oder deutlich weniger. Deswegen Kontrolleinheiten sind nicht da, um gemocht zu werden. Achten Sie darauf, dass die Persönlichkeit der Leute zu der Position passt, die da angeheuert werden. Denn wenn Sie da die falschen Leute sitzen haben, dann werden diese Leute mit zum Teil des Problems und tragen überhaupt nicht zum Teil der Lösung bei. Wenn Sie hier die richtigen Leute haben, dann sind Sie auf einem deutlich besseren Weg. Und dazu natürlich habe ich auch publiziert. Wichtig aber jetzt erstmal nochmal einen Dank wieder. Wir hatten eine weitere Rekordwoche. Ich habe es am Samstag auf Social Media auch veröffentlicht, also auf meinem Facebook-Profil, auf Instagram und auf meinem LinkedIn-Programm. Entschuldigung, auf meinem LinkedIn-Profil. Wir hatten wieder mal eine ganze Menge Rankings und man sagt, das hätte ich jetzt selber gar nicht so für möglich gehalten. Also wir haben tatsächlich, wir sind in den Niederlanden wieder Top 30 geworden, wir sind in der Schweiz Top 20, ansonsten Österreich, Portugal. Wir haben zum ersten Mal in Italien die Top 100 erreicht. Also wirklich, wirklich großartig. Dafür vielen, vielen Dank. Das Ganze basiert hier wirklich nur auf Inhalten und der Tatsache, dass Sie das Ganze hier weiterhören und dann auch vielleicht weiterempfehlen. Deswegen, wenn es Ihnen gefällt, gerne mal auf Spotify oder Apple Podcast gehen und gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung hinterlassen. Das hilft dem Podcast immer von mehr Leuten gesehen und gehört zu werden. Wichtig aber jetzt, wenn Sie sagen, Mensch, ich habe da ein paar offene Punkte, können wir sprechen. Klar, lassen Sie uns reden. NB at NB-Networks.com, das ist meine E-Mail-Adresse und dann schreiben Sie mir eine Mail und dann können wir uns per Mail austauschen oder ein Meeting ausmachen. Kostet keinen Cent, sprechen wir mal über das, was Sie da haben. Wenn Sie jetzt sagen, Mensch, wir haben was ganz Konkretes, Seminare, Vorträge, Coachings, wie auch immer, können wir auch darüber sprechen. Wir können aber auch gerne einfach über Ihre Punkte sprechen. Der zweite Punkt, Ich habe was von Ihnen gefunden, aber das ist irgendwie in einer Paywall. Ja, es ist in der Tat so, viele Artikel, die ich veröffentliche bei anderen Magazinen, müssen bezahlt werden, aber ansonsten, wenn Sie sagen, Sie möchten das gerne kostenlos, also ohne Berechnung im Zugriff haben, dann gehen Sie bitte einmal auf expert.nb-networks.com, da tragen Sie einmal Ihre E-Mail-Adresse ein, dann bekommen Sie jeden Mittwochmorgen eine Mail, eine einzige, sehr früh morgens und da ist alles drin, was ich in der Woche publiziert habe, ohne Berechnung, jederzeit frei im Zugriff. Und deswegen unter expert.nb-networks.com bekommen Sie eine Mail die Woche, 100% Inhalt garantiert werbefrei. Und das kommt noch dazu, dort auch gibt es die Termine, wo Sie mich live erleben können, und zwar auch ohne Berechnung, das geht aber nur für die Leute, die bei diesem Leadership Letter eingetragen sind. Ich mache mittlerweile einmal im Monat eine Live-Fragestunde und in diesem Monat widmen wir uns dem Thema der Remote-Kommunikation, also Kommunikation im Remote-Umfeld, Remote-Führung, Führung auf Distanz und so weiter. Und natürlich können wir auch andere Themen da ansprechen, aber den Termin, der übrigens am 24. März und somit ziemlich zeitnah ist, kann man dann entsprechen, sobald man die Mail hat, sich dort anmelden. Ansonsten, wenn Sie jetzt sagen, Mensch, ich habe das ganz kurzfristig gehört, schreiben Sie mir eine Mail nb-networks.com, dann können Sie sich darüber auch anmelden. Aber wichtig, die Termine und alle Zugänge zu den Artikeln bekommen Sie nur über den Leadership-Letter, den Sie unter expert.nb-networks.com entsprechend sich eintragen können. Der dritte Punkt ist aber der wichtigste, nämlich anwenden, anwenden, anwenden von dem, was Sie hier gehört haben. Denn nur, wenn Sie anwenden, was Sie hier gehört haben, werden Sie die positive Veränderung sehen, die Sie in Ihrer Organisation haben möchten. Dabei wünsche ich viel Erfolg. Ich stehe für Hilfe jederzeit gerne zur Verfügung und am Ende dieses Podcasts bleibt mir wie immer nur eins zu sagen, nämlich vielen Dank für Ihre Zeit.